Ich heiße Janu Chohali Tamba, der Botschafter der Demokratische Republik Kongo in Deutschland. Ohne das hat man keine Industrie. Wir wollen das Land industriell. Deshalb brauchen wir, deshalb sind wir heute hier angekommen. Es gibt zu viele Leute, die keine Arbeitslosen sind. Das Projekt kann zu viel Arbeit produzieren. Aber das ist persönlich für die ganze Bevölkerung, das haben wir. Deshalb bin ich heute gekommen, um zu sehen, wir wollen zusammen in Deutschland arbeiten. Ich habe die deutschen Unternehmen und die deutsche Regierung auch da ist. Das hat uns gefreut und ich werde im Land berichten.